So, hallo liebe Freunde meiner Let's Plays oder auch nur von Skyrim. Ich habe beschlossen, nachdem ich jetzt bei Steam mir die Legendary Edition geholt habe, mal ein Skyrim Let's Play zu machen. Und damit werden wir jetzt anfangen. Und ich habe mir gedacht, dafür mache ich am besten einen neuen Charakter und mache irgendwas, was ich noch nicht gespielt habe. Mal schauen, ob es wird, ich bin mir noch nicht sicher. Hey. Hey. Eigentlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Wir da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was? Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jachl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Eichen Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovengerde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Oh. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horegstad. Ich komme... Ich komme aus Horegstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Scharf, Maha, Dibella, Künaret, Agathos, ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Bilod immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Sofort. Ja, Papa. Ins Haus, sofort. Warum fangen wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ach so gut. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel, Jarl von Winteln. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Hm. Lok hier von Rorik Stad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr waltet mich nicht wohnen. Ja, stirb. Ich weiß ein. Wartet. Ihr da, tretet vor. Hallo. Wer seid ihr? Wer bin ich? Ähm, so. Mhm, mhm, mhm. Katze. Intelligent, schnell und Hände. Waffenlosen, Klauenangriff. Ich wollte eigentlich, ähm, ein Dieb mal spielen. In Not habe ich schon gespielt. Als Krieger und ein... Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube ein Hochelf als Magier. Ähm, Sumpfgebiete. Gesundheit regenerieren. Zauberkunst, nee. Schleich, große magische Kräfte, nee. Hochelf auch nicht. Waldelf. Kunstschlacht der Diebe. Ähm. Hm. So, was nennen wir denn dann mal? Ach, ich weiß nicht, ob ich eine Katze spielen würde. Also, keine Ahnung. Eigentlich... Würde ja Kashid am besten passen. Zu Dieb. Und so, aber... Ja, doch, ich spiele einfach ein Kashid. So, Kashid. Ab geht's. So, dann... Körper. Geschlecht. Weiblicher Kashid. Ha. Hm. Tja, was nennen wir denn? Männlich, weiblich. Männlich. Vorgaben. Oh, meine Güte. Das sieht aus wie ein Löwe. Der sieht doch gut aus. Die verschwinden dann eh unterm Helm, von daher... Gewicht. Ach so. Hier noch so Kopf, Gesichtsfarbe. Hell, dunkel, Schmutz. Ich gefällt er mir so ziemlich gut, muss ich sagen. Was ist denn Art? Ich weiß nicht. Ich drehe jetzt ewig lang rum mehr und euch langweil damit. Ich finde, das sieht ja eigentlich ziemlich gut aus. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ach so, ich muss ihm noch einen Namen geben. Okay, den Namen. Äh, wir nennen ihn... Wie nennen wir ihn? Ja, gute Frage. Huch, was war das? Ähm, wir nennen ihn... Natürlich Bloodlord. So, annehmen. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Kajid? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Ja, super. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Du mit Ziege. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elswire zurückgebracht werden. Vielen Dank. Folgt dem Hauptmann gefangen. Sehr freundlich von Ihnen. Ich will aber auch nicht sterben. Sowas, sowas. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos bestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Nein. Was war das? Da kommt Drachi. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Achtgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Echt mal. Die Priesterin da. Und ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Der ist ja tapfer. Zack. Wir kaiserlichen Dreckskerle. Was passiert denn hier? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Ich. Niemals. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. So ein Block, Gefangener. Ich würde ja gerne laufen, aber ich kann gerade noch nicht. Ah, jetzt kann ich. Achso, das macht es automatisch. Drachiii. Das ist ganz schön laut. Achso, das macht es nicht. Achso, das macht es nicht. Hey, Pati, du hast mit euch. Kommt, schau. Und dort werden wir noch keine Zeit mehr rausgehen. Ich bin hier entlang. Ich bin hier entlang. Ich bin hier entlang. Ich bin hier entlang. Ja, und? Was ist das für ein Link? Kannst du die Legenden wahr sein? Legenden brennen, keine Garten. Dann lauf. Meine Güte, macht der Drache laut. Ja. Ach. So, wo jetzt sind? Na, Rotor? Abfall, Junge, das macht ihr sehr gut. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ja, Mann. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich für Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Adva. Lauf, Mann. Schneller. Bleibt da bei der Wand. Hallo. Laut, los. Jetzt sind es nur noch wir beide gefangen, ne? Ja, Mann. Alle anderen sind gut. Aus dem Weg. Wir fliehen, Adva. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Dreife bringt euch alle nach Sofengarde. Hier, da. Los, die Festung. Wir sind nicht hier gefangen. Ich gehe dem mit nach. Ich kann euch drinnen losschneiden. Er kann mich drinnen losschneiden. Das war sehr nett. Hallo? Wir sehen uns dann in Sofengarde, Bruder. Das ist aber eine Schwester, oder? Das ist ein Bruder. Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. You don't say. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Mach mal auf. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Danke. Na schön. So. Direkt mal anlegen. Waffen. Eisenachst. Bekleidung. Fellstiefel. Sturmandel. Brustenpanzer. Meinst du, das geht eher auf? Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, und du? Kommt schon, Soldaten. Geht weiter. Entdeckung. Öffnet dieses Tor. Jetzt kriegt er auf die Nuss. Kommt schon, kommt. Ach, das ist doch die Frau, die ich umbringen wollte. Daneben. Bruder. Das war schon alles. Wirklich? Stürm. So, was haben wir hier? Schlüssel. Schwere Rüstung billig nicht. Ich will leichte Rüstung. Das Kaiserliche schmerzt nämlich mit den Eisen durch. Das ist gerade etwas mit zu schwer. Ich schlage mit Kaiserlicher Rüstung. Ah, das ist eine leichte Rüstung. Die nehme ich mit. Was gibt es da hinten noch so? Schauen wir, was es hier noch so gibt. Truhe des Wächters. Stiefel noch. Noch ein Schwert. Oh Gott, das ist gut. Hier ist nichts drin. Die ist leer. So. Ja, dann ziehen wir uns mal noch was anderes an. Neun. Das und das. Links und rechts. Bekleidung. Kaiserliche Rüstung. Kaiserlicher Armschien. Kaiserlicher Helm. So. Jetzt geht's ab. Rennen. Kommt. Verschwinden wir. Kommt. Kommt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann schnell raus her, würde ich sagen. Jetzt kommt erst mal wieder die ganze Einführung. Ah, what? Ach, stimmt. Du stürzt ja die Höhle, ey. Verdammt, dieser Drache ist aber abmängig. Schnappt euch alles, was wichtig ist und dann weg von hier. Der Drache äschert alles. Kaiserlicher Hunde. Oh, es ist ausdauernd niedrig. Ach so. Ja. Zack. Der war auch tot. Eisenpfeil nehme ich auf alle Fälle mit. Körserliches Schwert haben wir ja immer noch am Start. Jetzt packe ich auch ein. Bisschen Zeug einpacken. Schwere Rüstung ist jetzt zu schwer. Ich würde lieber ein bisschen was Zeug mitnehmen, was auch was wert ist. Von Anfang glaube ich. Kessel. Nein, nicht wirklich. Dann mal hier so rumstehen. Hier haben wir ein Gericht nach Magica. Salz. Auch immer gut. Hier haben wir noch einen Trank. Hier haben wir bei. Was haben wir hier im Schrank? Gold. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier noch was drinne. Fass. Trank, 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 Trank. Sack. Wie Weizen oder so. Wäre mal nice. Noch Salz. Ich muss gleiche Mietzeug sammeln. Nö, nö, nö. Hier ist nix mehr. Hier ist noch ein Trank. Und noch mehr Salz. Mehr Salz. Hahaha. So, kommt's weiter. Fertig? Dann gehen wir weiter. So. Ein Blut eines Trots. Hört ihr das? Komm schon. Was passiert mir? Zack. Aufgespießt. So. Olderknecht. Soldat der Sturmmädel. Okay, die nicht. Den. Hat der was gescheites? Nicht so wirklich. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Was haben wir denn hier? Buch. Wicherweise brauchen wir das Gold. Dolch. Dietrich. Wie wir hier rauskommen. Jep. 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 Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Ach, jetzt sei doch mal ruhig, Kumpel. Ich mach das schon hier. Ich hab das voll im Griff. Streitkolben. Nein, ich will lieber was schwer machen. Gefällt mir mehr. Was ist hier so los? Da ist, glaub ich, nix drin. Dann machen wir das hier. Ja, das weiß ich doch alles. Zack. Und dauert's auf. Das ist halt so schwer. Funken. Ich hab hier noch mal ein paar. Sehr schön. Sehr schön. Das Zeug wiegt nix und ist von Anfang richtig viel wert. Oder so später noch eigentlich viel wert. Das ist echt gut. Hier ist nix drin. Hier ist halt nur dieses Knochenzeug drin. Okay, das müsste es gewesen sein. Und der will jetzt weiter, oder was? Dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier. Nix. Hier. Ist da was drin? Das sieht ziemlich leer aus. Da. Auch leer. Da ist was drin. Da ist Geld drin. So rum nicht. Und zack. Da war die Tür offen. Jetzt schnappen wir uns das Geld. Sechs Stück. Wahnsinn. Ah, nochmal zwei und knappe mehr. Sehr gut. So. Dann weiter hinter unserem Freund her. Gucken wir, was es hier noch so gibt. Ein Skelett noch. Gold Knochenmehl. Ausgezeichnet. Der hat eine schäbige Robe noch an. Die brauchen wir nicht. Und hier noch ein Skelett. Gucken wir. Hier noch was. Stuhl umgekippt. Da noch ein Skelett. Und Steine. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Okay, nix weiter. Kriegt man hier nirgends einen Bogen oder was? Ich hab gedacht, ich würde eigentlich einen Bogen haben. Die bescheißen mich ja total. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tulldus hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erleben. Ach, hier kommen noch mal welche. Ja, was? Ja, was? Wo kommt denn der her? Der kaiserliche Soldat. Kaiserliches Schwert. Das kann man behalten. So, hier. Kaiserliches Schwert. Langbogen. Hier ist er doch. Eisendurch, Eisenpfeil. Leichte Rüstung. So, dann lasse ich mal kurz die Waffe. Das kaiserliche Schwert will ich als Favorit. Hat sie es jetzt als Favorit genommen? Favorit. Langbogen will ich als Favorit. Und ausrüsten. Zudem sind noch Freunde. Oh, das war nix. Bleib doch mal ganz ruhig stehen, Kumpadre. Und noch ein Schuss. Da war er tot. Leichte Rüstung. Eisenpfeil. Langbogen. Schwert. Das ist mit dem Pfeil. Genau, den will ich auch haben. Ist da unten irgendwas? Nein, ne? So. Eisenpfeil. Langbogen. Schwert. Das hat der hier noch. Eisenpfeil. Langbogen. Schwert. Wasser. Wasser, 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 was? Gut. Brauchen wir nicht. Geht's ab. Weiter. Hallo? Ich benutze jetzt mal den Hebel, wenn es recht ist. Dann, du bist.